es geht dann weiter jetzt gleich hier mit dungeon monster angekommen im 12 level habe ich mir gerade hier noch die rüstung vom dark geholt irgendwie ist eine schwarze ritter rüstung oder so halt habe ich hier gerade alle teile gepflückt und habe hier halt meine hingelegt und da ich bin jetzt an der unten in der untersten ecke sozusagen muss ich nämlich wieder zurück bis zu der einen kreuzung muss nach links weg geht genau da gehe ich jetzt nämlich auch nicht weg sondern ich gehe jetzt hoch und hol mir noch einen schlüssel ich komme jetzt den nächsten schlüssel erstmal speichern natürlich vorab weil wer weiß was uns da erwartet wieder hat sich böse an das hört sich schon mal sehr böse an war ja klar fickt euch ja so schnell ganz gehen denn so schnell kann es gehen ja die drecksviecher recht das sind die schlimmsten ich hasse die drecksviecher echt ich brauche hier mein schild ein richtig turbo schild brauche ich hier vier toll party das ist mein magie schild dann brauche ich feuer schild das ist feuer schild okay ich habe ich hoffe es klappt elia hat einen priester level bekommen gut es hat geklappt dann brauche ich jetzt wie den neuen materials den spruch hier ich hasse den spruch das ist der schlimmste spruch recht ich kann mir denn nie habe ich seine platt ich glaube nicht alle aber ziemlich viele habe ich platt gekriegt ich glaube einige habe ich gut ich habe einige erwischt ich habe gesehen dass sie einige erwischt habe ich habe doch alle erwischt wie es aussieht naja ein fireball müssen sie mehr reindrücken gell das kann man machen hier aber wieso ist die tür verschlossen wieso geht die tür nicht auf schlecht hinter der tür ist ein schlüssel versuche ich es halt mal einzubaschen ok türen öffnen geht auch nicht ja ich kann 10.000 mal gegen die tür laufen wenn sie nicht aufgeht geht sie hat nicht auf fragt mich nur wieso wieso geht die scheiß tür nicht auf komisch ok merken hier geht eine tür nicht auf das war das jetzt gerade hier Boah, what the fuck, was macht der hier, ey? Boah, ja, verballert deine Feuerbälle ja nix, ey. Boah, ja, verballert deine Feuerbälle. Ich muss schlafen, ey. Ich muss Mana regenerieren. Ich hab zu viel Mana rausgepfeffer, ey. Ja, aber erstmal voll lang drinbleiben, gell. Boah, Alter, der hält aber echt einiges aus. Ich hab's noch mal hier. Uhhh. 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 Jesus, ey. Geht der jetzt dann bald? Uhhh. 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 Es geht doch. Uhhh. Uhhh. nicht ganz kapierte das gleiche ist ja posten wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder gewandert ich habe jetzt hier irgendwelche potions eingesammelt potions essen wie potion water flaske invisibility unsichtbarkeit ja da habe ich mich unsichtbar machen kann auch so wichtig scheiß glade flaschen brauche ich auch nicht unbedingt jetzt habe ich immer noch nicht geschnallt die tür ist trotzdem zu dann kann das nicht die tür sein wo ich sein sollte doch das ist doch hier jetzt geht es hier nach links und da ist eine wand was doch was ganz genau hier geben halt wieder komplett zurück durch den scheiß hindurch da ist ein gitter ja durch die tür genau jetzt und jetzt wieder hoch weiter nach norden da ist eine tür ja gut jetzt habe ich geschnallt natürlich ich habe den hebel umgelegt oh das ficht hört auch einiges aus bums weil das ficht das rotzt auch an euren treffer punkten ziemlich ziemlich übelst so eine fette riesen spinne die kratzt schon gut an euren treffer punkten eine fackel und was zu essen schlaf ich halt schnell egal also ich habe jetzt die ganze rechte seite ist sozusagen erledigt ja die ganze rechte seite ist erledigt war ja weil mehr gibt es hier auf der seite gar nichts zu tun nur der die fackel bräunert dann kann ich jetzt wohl und gelassen zurück da ist der blinn habe ich schon gedrückt kann ich in meinen raum zurück müsste ich hier einen raum kommen genau der da müsste der hier jetzt der raum kommen mit den platten hier wieder der hier okay das ist richtig eins ich habe keinen bock runter zu fahren so gut okay schauen wir mal habe ich den hebel schon gedrückt ja da war schon gedrückt okay müsste aber hier hinter der wand eigentlich auch nur einer sein habe ich wohl auch schon gedrückt weil sonst hätte ich hier nicht den schlüssel bekommen ja einmal als hier habe ich habe ich den weiß nicht topaz ein falscher key da brennen gehen grüner das ist der einmal wird muss das in den türen die alle andere türen muss das hier ein ist der topaz oder der topaz müsste ich hier ein genau bei tg wird es langsam knapp mit dem wasser geht noch aber die könnte die haben schon wieder hunger die geschleppt drei kisten mit und schleppt er jetzt hier erst mal die ganzen tränke drei kisten alter so hatte gut der schlappt auch zwei ja gut ich habe die tür jetzt aufgemacht also geh mal rein schauen wir mal was drin ist lassen uns überraschen und noch ein neid fickt euch wie viele von den scheiß mit dennoch schlagen und Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.